Hallo liebe Freunde, ich bin gerade am Flughafen Wien-Schwächert und befinde mich auf dem Weg nach Deutschland, genau genommen nach Solingen, wo ich heute im Comedy Punch Club meine Moderatorenpremiere in Deutschland habe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Club liegt in Solingen, das liegt ziemlich genau zwischen Köln und Düsseldorf. Und nachdem es in Köln im Moment überhaupt keine Hotelzimmer gibt, weil es eine Messe gibt, fliege ich nach Düsseldorf und werde dann von dort in den Club fahren. Ich freue mich schon. Alles Neue im Flughafen Terminal B in Schwächert. Das ist alles umgebaut worden. Kaum ist man zwei, drei Wochen nicht da. Schaut schön alles anders aus. Ist aber doch nicht der neue Skylink. Es ist immer schön, wenn es am Flughafen schwarze Rauchwolken gibt. Aber es ist nicht unser Flugzeug, das raucht. Gott sei Dank. Ich habe mir über das Internet ein relativ günstigeres Hotel rausgesucht. Das hat, glaube ich, 55 Euro. Das heißt Friends. Das ist echt witzig. Also der Boden, farbig alles. Ziemlich farbig. Da könnte man vielleicht ein bisschen verrückt werden. Da gibt es ein Forum. Eben so ein eigenes Zimmer. Schrank. Dann gibt es noch ein Zimmer. Das ist quasi das Schlafzimmer. Nett. Ja, und dann gibt es noch ein Bad. Also, Düsseldorf, Hotel Friends. Nett. Sauber. Wirkt echt cool. Und da konnte das Gericht in der Speisekarte nicht lesen. Ich sage für den Kälber. Sag mal, wie wird das hier eigentlich ausgesprochen? Da guckt er so ein Set. Das ist die 32. Das ist die 32. Genau. Ah, ich glaube es auch. Aber. Liebe Freunde, jetzt stehe ich hier im Comedy Punch Club in Solingen. So sieht Comedy in Deutschland aus. Die Leute sind mindestens so schön wie wir in Wien. Und ich glaube, schöner. Okay, schöner. Und Sie haben genauso viel Spaß wie in Wien, oder? Super. Trotz des Wiener Gastarbeiter. Wir sehen uns. Sag gleich zu mir. Was willst du, du Spast? Dann habe ich zu mir gesagt, weißt du überhaupt, was ein Spast ist? Klamot, so ein kleiner Vogel. So, guten Morgen. Es ist kurz vor 7 Uhr. Ich bin in Düsseldorf wieder am Flughafen. Donnerstag. Jetzt geht es dann langsam zum Check-in. Und dann geht es wieder zurück nach Wien. Wo heute am Abend wieder ein Schmähstabler stattfindet. Und die Show in Solingen war super. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich kann bald wieder kommen. Und ja, jetzt geht es zurück nach Wien. Tschüss.